Wir wollen die richtigen Produkte und die richtige Mode für Menschen anbieten, die wirklich jeden Tag bei Wind und Wetter mit ihrem Rad unterwegs sind. Im Alltag, in die Arbeit, ins Büro und dafür die perfekten, vom Kopf, also vom Helm bis zur Socke, die perfekten Produkte anbieten. Ich bin Ulrich Prediger, 51 Jahre alt. Meine Intention, meine Vision ist einfach, Radfahren attraktiver zu machen. Bei Paul und Prediger wollen wir den Menschen einfach ein Wohlfühlen auf dem Rad ermöglichen, indem sie die richtige Bekleidung anhaben. Also richtig im Sinne von, in der sie sich wohlfühlen in jedem Kontext, also auch im Büro oder wie gesagt auch in den schickeren Umgebungen, aber die auch bequem ist und die auch mal eine Regenschauer überdauert. Für mich muss es immer auch funktional sein. Und wenn es dann dabei auch noch gut aussieht, ja, dann freue ich mich richtig. Ich bin Guido Dohm, 57 Jahre alt. Ich bin Diplom-Ingenieur für Textil- und Bekleidungstechnik. Paul und Prediger macht aus, dass wir einen hohen Modegrad mit einem hohen Funktionsgrad in den Produkten, die wir offerieren, verbinden und dem Beweis antreten, dass man sich nicht entscheiden muss zwischen Style und Funktion, sondern Paul und Prediger ist die Antwort für diejenigen, die sagen, Style und Funktion ist das, was ich suche. Der ist bei uns genau richtig. Ich glaube, auch das, was wir hier vorhaben, auch in unserem Showroom, nämlich versuchen, online und offline zusammenzubringen in einer neuen Form, in einer modernen Form, ist auch ziemlich einzigartig. Wenn man das gut anstellt und das Beste aus den beiden Welten vereint, kann man sehr erfolgreich sein, um dann in ein, zwei Jahren tatsächlich einer der frühen Unternehmen zu sein, die online und offline mit einem sehr spannenden neuen Produktsegment in bestmöglicher Art und Weise vereint. Der Online-Shop muss es leisten können, dem Kunden die nicht gestellten Fragen zu beantworten, sodass der Kunde selber versteht, was für ein Produkt brauche ich für meinen Verwendungszweck in idealer Weise und welche Abstufungen gibt es in der Qualität und in der Performance-Range der Produkte. Und darauf das Produkt abgestimmt, dann wird er viel Freude mit dem Produkt haben, was wir ihm offerieren können. Paul und Prediger ist der einzige oder einer der wenigen spezialisierten Shops, momentan E-Commerce-Shops. Wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass die Welt erfährt, hey, du kannst jetzt im Alltag auf deinem E-Bike oft, aber auch egal, auch ohne Motor, schick, bequem, angenehm unterwegs sein. Ich lade euch ein, schaut doch mal auf die Website. Da werden in naher Zukunft ganz viele tolle Outfits geschutet, im Komplettlook von uns gezeigt. Und ich bin mir sicher, es macht einfach Lust, gut gekleidet, gut gestylt, top ausgestattet, durch die Stadt zu fahren oder die Natur und sich dabei gut zu fühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017